Schlag mich jetzt mal, schlag mich, hallo! Und ich mach nen Screenshot, wenn das mir nicht klappt. Oh mein Gott, ey, ist, ey, doch, doch, du bist unsicher, du hast mich ja jetzt gerade geschlagen, Sven steht dort drüben, und, das ist wirklich unsichtbar. Und scheiß, ich habe jetzt nen Baum abgehakt, und das hat meine ganze, ganze Axt verbaucht. Wieso, wieso holst du neu, holst du neues Holz? Wir haben doch im System. Ach so, und du kannst nicht selbst schnell dorthin gehen und das holen? Ja, ich bin am Bauen, deswegen hab ich dich ja nett gefragt. Ja, ich dachte jetzt, ich muss jetzt zum Holz gehen, also abpacken und so. Ja, gut, dann hol ich's mal, äh, Jungle, wie heißt es schon, wie gesagt, Jungle wahrscheinlich einfach. Ja. Ja, wir haben sehr viel von dem. Oh, shit. Was ist? Was hast du wieder angestellt, Jakob? Nein, was ich wieder machen darf. Ich darf schon wieder, ähm... Äh... Wie heißt das? Alter. Ups. Ich darf wieder, äh, Silkwits machen, ganz viele. Uh, das freut dich doch. Fram mit Sven's Silkwits jetzt. Das liebst du ja richtig. Gut, Sven. Hm? Dein Junglewood kommt. Nice. Nice. Kommt, so scheiße. Ich versuch wieder so, hier raufzuspringen, obwohl ich das Jetpack habe. Es macht einfach mehr Spaß, raufzuspringen. Ja, das macht viel Spaß. So, hier. Gib die Scheiße ran. Ist runtergefallen. Warte, warte, hier. Ja, du musst jetzt. Warte, hier. Ja, jetzt geht's rauf. Also, wenn jemand Bock hat, kann er bald wieder mal Rubberfarm gehen. Nein. Ach so, wir müssen das ja noch verarbeiten. Sven? Zum Beispiel, du, Suchicowboy. Nee. Wenn du Lust hast, kannst du bald, äh, kannst du mal Rubberfarm gehen. Ach. Rubberwood? Nein, Rubber. B Das ist ja, ich hab Rubber. Ich hab erst gerade Rubber up gefarmt. Ähm, hast du jetzt schnell hergestellt? Warte, das Rubberwood. Das Rubberwood. er ist wenn wir noch so diese halb steps doch hab ich hatte ach brauchst du nicht noch mehr sollte das wäre ich will aber wo du sie gemacht gar kein rober und ich habe ein robot ich habe ja was wird ich frage mich gerade das jetzt was du aneinander geschrieben ist frag mich gerade was ich jetzt noch geht Sven weißt du warum geht hier aber nicht doch wenn man halb in dieser version und halb nein ich meine wollen wolle wenn man sie halbiert weißt du mit der hand so ich weiß nicht ob man die erfahrt auf slabs setzen kann sonst musst du das holz wieder nehmen hier und muss die ganzen blöcke zerschneiden zu slabs hör mir auf ach ja und unter den unter dieser treppe genau da für noch den das kamin vor also zu machen das kamin ja er hat vor dass macht das kann kamin oder den kann rufen denn das kamin darum meinte ich es das kamin der kamin ist wirklich der kamin okay wusste ich nicht das ist ja das kamin also schon herrn zwar liegt klingt das kamin jetzt nicht mal so falsch lol so habe ich jetzt reis und bekämpft meins okay stimmt es ist doch ein bisschen komisch das kann wobei ja egal ach sen brauchst du eigentlich noch holzen so ja jetzt passt noch warte ich habe auch von denen acht okay ach geht das so ja ich sage einfach mal ja mhm scheiße okay das geht wirklich nicht mhm ne also ja so wird es gehen beim dach äh ach ja wir haben wir haben wir haben wir haben ich habe ein bisschen neue mucke genommen noch so nebenbei jakob du kannst mich warum geht es nicht ich muss das jetzt wirklich neu machen oh scheiße was neu machen mhm alles wieder abbauen was abbauen wieso ich weißt du ich habe es noch gesagt weil jakob nicht früher auf die ja ich weiß nicht Idee gekommen ist was alter sag was ich will sitzen irgendwo irgendwo nicht vorher gesagt habe na ich bin so dumm ja bist du ich meine wegen was anderes also hat es überhaupt was mit minecraft zu tun ja was ihr jetzt redet hat es ja ja gut er sagt ja alter sauber und dann hat es mit minecraft zu tun klubes bürschchen und ich habe jetzt so keinen bock drauf weißt du das du kannst meine elektronik chainsaw haben und du willst Sven hm mit dir geht es schnell Sven wo bist du hier hier wo hier oben na ich habe es gesehen musst du einfach das ledpack anziehen sonst verbrauchst du es zu schnell ich brauche sehr viele redstone auf habe ich gemerkt aber wir haben immer noch irgendwie 1k meinst du wo tausend ja über tausend nice wir müssen dann wirklich irgendwann die Quellen noch umsetzen Sven musst du alles abbauen ja ok dann helfe ich dir aber schnell hab ah man ich muss schnell noch ein Dings holen ein ist das schon wieder verdammt weiß ich nicht wie das heißt ein chainsaw ein ja genau genau stimmt ja genau so Jakob ich würde sagen wenn ich hier oben fertig bin machen wir mal Aufnahmestopp ja mal schauen nein nicht mal schauen also ich gehe dann also ich gehe dann in 10 minuten so äh eigentlich sollte dann mein Thema losgehen also gut ich helfe jetzt mal den ganzen Boden müssen wir rausnehmen oder ok ganz genau gut geraten Sven naja danke hoch alter das ist viel alter das ist richtig viel dass die ganze Zeit jetzt daran so gearbeitet warum hast du überhaupt das Muster reingemacht ja eben das haben wir eigentlich schon nicht machen müssen weil eine Decke habt doch kein Muster drin darum ok stimmt scheiße mach einfach eine normale ja und die haben das genau gleiche Muster schon unten ja mach einfach äh normalen Buden ja genau zuerst so einen richtigen wir können ja zuerst nochmal so einen richtigen Boden machen und dann hier oben immer vielleicht noch ein Muster machen irgendwie so vielleicht oder auch nicht vielleicht mal einen anderen Boden also wie sag ich mal ein anderes Material oder vielleicht schon Holz aber wir werden es dann sehen ja genau ja genau nein nein was hast du gemacht ich hab verfehlt nicht springen nein oh Gott ich bin auch genug clever um den Block unter mir abzubauen ja komm rauf hier Nhn komm geh rauf geh, jetzt geh, endlich nein, nein, geh rauf ich hab... ich... ich... ich? gut muss sagen die schönes so ist ziemlich schnell das sind so richtig und eben die war doch lief so aber wir haben jetzt richtig viel holz für das verbracht egal so ich nehme jetzt mal alles wieder auf können wir vielleicht irgendwann wieder verwenden ich denke es schon wow ich nehme alles auf ich bin ein magnet ich habe gerade zu viele enderperlen gemacht ich habe gerade zu viele enderperlen gemacht enderperlen gemacht ok aus milium stone und äh warte haben wir überlegen warte ich bin am überlegen und äh 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 eisen ja ja oh gut gleich sind wir fertig ja komm gleich und ich muss was essen ja gut noch das hier ok fertig ähm du hast ihn jetzt besiegt oder? ich dachte schon ich habe ihn mit einer Achse geschlagen und dann ist er einfach jetzt kannst du mich schlagen mit dem Limer Saber ein Creeper wo bist du? oben wo oben? in dem Haus jetzt kannst du mich schlagen mit dem Limer Saber ich seh dich nirgends ich seh dich nicht hier man wo bist du? tu nicht zu wieso bist du unsichtbar? ich bin nicht unsichtbar wo bist du? glaub mir du bist unsichtbar nein bin ich nicht äh ich seh dich auch nicht wo bist du? wo bist du? sag doch einfach wo du bist was? du bist unsichtbar du bist unsichtbar ich seh dich auch nicht what the fuck Alter man ohne Scheiß du bist unsichtbar was? schlag mich mal schlag ich mal Sven geh dort schlag mich mal ich bin nicht unsichtbar aber nicht mit was krassem nur was leichtem ich bin nicht unsichtbar mit du bist unsichtbar schlag mich jetzt mal aber nicht mit was brutalem guck geh vor Sven und schlag mich jetzt mal schlag mich hallo und ich mach nen Screenshot wenn du es mir nicht glaubst ey ey doch du bist unsicher dass wir jetzt gerade geschlagen jetzt Sven steht dort drüben und das ist wirklich unsichtbar wo bist du? warte ich hau ich hau mal einfach oh ich hab dich getroffen glaub ich oder? hab ich dich treff ich dich? nein ich schwöre du bist unsichtbar stopp treff ich dich? nein machst du nicht ja mach mal dass ich dich treffen kann ouch du schlagst mich ich hab mir nicht die ganze das ist gut als würdet ihr mich nicht sehen er glaubts einfach nicht Jakob will es nicht glauben komm ich kann dir nach jetzt sehen wir dich jetzt sehen wir dich und die Rüstung baut sich langsam auf wir haben dich wirklich nicht gesehen ohne Scheiss hast du nen Screenshot gemacht? schlag nur Sven komm ja ich hab mehrere Screenshots gemacht Sven ey ey schau mal nach bei den Screenshots Sven komm schlag zu ich wills mal sehen Sven ey Jakob glaub uns man hat dich nicht gesehen ja ja ist gut ok aber ich äh es ist nicht so wie bei der Quantum man verliert zwar aber halt eh nicht viel aber ist doch nicht ziemlich gut für so nen Namen Jakob will einfach nicht glauben dass es unsichtbar war zeig jetzt mal oh Gott bitte nicht wo? lol ok war ist jetzt das ist scheiß aber nicht so krass wieso wo ist es? komm schauen ja und ey ey zeig mal die Screenshots Sven hm zeig die Screenshots ja warte und danach machen wir mal ein Aufnahme-Päuschen oder? jo hm Technik hat jemand Dschungelholz? hm ja ja sonst geh doch einfach rein sammeln äh ich meine äh sammeln ich meine beim System hat es ich hab ja lang getan wir haben 3000 Marple danke danke so oh ähm Bilder hoch ja hier muss noch ein äh ja genau äh hast du es auch gekommen über äh Jakob und siehst du dass du aber weißt dass du wirklich unsichtbar warst ja aber das ist doch ziemlich witzig das ist einfach so unsichtbar ähm wo was sind die ach ja hier ja okay ich seh jetzt die beiden Bilder ja ey du bist und ja genau du bist du warst neben mir und ich hab so rumgeschlagen also mit meiner Angst aber ich hab dich ich konnte dich nicht sehen lol das ist einfach unsichtbar der der ja hat vielleicht was mit der Rüstung zu tun also also dieser bug ja ich denk es zwar nicht ja wo du wieder gejoint bist ist auch die Rüstung erst ganz langsam so wieder nach hat zuerst langsam nachgeladen ja also gut also ich denke mal wir verabschieden uns jetzt oder nicht so noch nicht fertig was machst du jetzt noch jetzt keine ahnung nein eben also ich geh mal der Timer ist noch nicht abgelaufen weißt du ist mir eigentlich so egal musst muss der ablaufen ja dann hab ich eine gerade Zahl ist mir eigentlich schmerz egal dazu nicht so ok oh scheiße das oh ne nein der Messerate ist wieder zu langsam wie so spielst du raus ja und es mischt wieder durcheinander weißt du ist überfordert ne die Pumpe ist zu langsam ja diese hier ja diese vom Messerate ja nein tu es hier äh tu es hier äh tu es hier äh hier direkt in den Inductionfernetz ich geh mal unten wieder schauen ich mach mal zu wahrscheinlich wegen diesen Viechern und so können die jetzt da reinkommen ja vorbei nein fuck das ist einfach ein Creeper ja warum nicht und immer sind es die Creeper ey nein wirklich wieso wo ist einer nein es explodiert fuck oh nichts passiert das hast du eh nicht mit deinem Saber angegriffen ja ich hatte es gerade nicht zur Verfügung ach ich mach jetzt den scheiss Raum zu das ist wirklich mühsam oh mein Gott das ist ein Rückstoss krass ähm natürlich jetzt muss ich noch Treppen holen das ist ein scheiss alter was was war denn das jetzt Jakob kann schön wieder die Treppen hin machen was ist lol was soll das lol what the fuck sorry sorry ich hab nichts aufgenommen also du hast mir auch Damage gemacht ich hab nichts aufgenommen boah ich muss die Welt dann runter machen ey sorry Sven lol FZZ Freak Chainsaw Sven was FZZ Freak Chainsaw ahja ich will meine Sachen wieder ja ja warte hier noch ähm die Diamant Dings hat es noch ach hier ja hier diese Dinge ich geh mal hier weg nimm's mal hm was hat es dann noch ach hier nochmal so eine Chainsaw ach ein Bogen ich hatte nämlich keinen Bogen ähm ja das war's eigentlich ach doch die Liste lief's noch was ist denn das jetzt schon wieder das bin ich das bin ich das bin ich mit meiner Plasma-Kanone ich muss die runterstellen einsthaft oh god Plasma-Kanone also können wir jetzt auf äh plus machen sorry Sven Jakob kannst du hier bitte mal die Treppe wieder hin bauen was wir haben was wir haben wir haben wir haben eine Million cobble-Kanone 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 und cobble-Kanone wir schauen nur mal noch durch was man so alles installieren kann Sven komm jetzt können wir aufhören warte gleich ich bin noch etwa äh nein Jakob nein also ich verabschließe mich schon mal von euch bis dann Leute noch leicht der Timer ist noch nicht fertig der Timer ist noch nicht fertig der Timer läuft erst in acht Minuten ab Ach absolut Jakob ist doch egal ich bin wieder zurück noch kurz das hier das letzte Jakob aber wirklich ist egal in der teile jetzt habe ich eine werkbench ja es ist mir eine stürze gar nicht meine hand ok wo seid ihr ich will nur mal schauen ausgut das sieht doch nicht aus also bis dann leute tschüssi ja bis dahin leute tschüss